Sorry, jetzt geht's weiter. Wow, mega. Cool. It was Major William Sleeman. He was asking about the Kohinur. He wasn't alone. Alexander Burns was with him. You've heard of him, I assume? By reputation only. He has killed many of our brothers. You are lucky to be alive. Luck has nothing to do with it, brother. Unfortunately, Sleeman took the Kohinur. You lost my chew? Something big is happening, Arbaz. They talked about a box, and using the Kohinur to power it. It may be Ezio Auditore's box that the Brotherhood lost long ago. So you want me to steal the jewel back? And the box? Yes. Go to their new outpost. You'll find them, and I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while. Well, a precursor side may be underneath the palace. Interesting. I'll take care of it. Stay out of sight, my friend. I need to find this Major Sleeman. He can't be far. Well done. Okay, I'll take care of it. I'll take care of it. Good. Hm. Schauen wir mal. Ah, das war das Schaue, der Hamid. Ich brauche mit dir über die Sicherheit, Sergeant. Seid mich. Da ist er. Ich brauche seinen Hintern zu sehen, wo er geht. Ja, das war vielleicht jetzt nicht ganz gut, aber... Alter, weh, doch. Das waren viele, das waren viele, das waren viele. Dann gehen wir einmal da entlang. So, äh... Da oben muss ich hoch. So, ich habe ihn verloren. Ja, war klar. Aber ich habe da zum Beispiel die Dinger jetzt schon mal. Mal schauen, wie wir jetzt dann da durchkommen. Ich will sehen, wie das Eis mit eins haben. Aber der ist schnell. Ich hab's hier also... Ah, das mal gehen wir oben hin. Dann, ach so. Ach, super. Ich bin ein wieder schon. Hm. Was ist das? Ah. Das war schon zu kurz gelaufen. Halt. Den muss ich doch töten da. Oder? Nein. Hä? Welchen muss ich da töten? Ach, die sind ja da vorne. Okay. Da hat er mir jetzt irgendwie geähnelt. Ja, das war's. Das mit ihm töten. Da war eh leicht geötet. Äh, ich hab's hier. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ah. Okay. Gut. Probieren wir das Ding erneut. Schneller, 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 schneller. Ach, das sind einfach nur die Zielpunkte, okay. Okay. Wir müssen sicher, dass niemand diese Wälder aufbauen kann. Sehr. Komme ich da nirgends wo entlang? Nein. Hä? Hallo? Ich will doch da entlang. Ach, das geht so auf. Cool, das habe ich noch keinen Guss. Ja, jetzt bin ich tot. Oh Gott. Ups. Ich wusste nicht, dass man entlang springen kann. Das ist mal cool. Ja, jetzt ist vorbei. Sorry. Wir haben ja vielleicht einen Frosch mal. Hört ihn gerade auf. Okay, gut. Okay. Wir müssen sicher, dass niemand diese Wälder aufbauen kann. Ups. Dann dann über. Und da runter. Ups. Da entlang. Da hoch. Lasst mir nur kurz nachschauen. Okay, erst mal da vorne. Da. Und dann müsste da. Oh, nach unten. Okay, das wird interessant werden. Gut. Und. Muss ich da jetzt hin? Ich muss weiter gehen. Ja, schnell, 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 schneller. So. Nee, der ist da vorne. So. So. Da hoch? Da ne? Okay. Drei. Gute diesen Bordern an. Gute diese Bordern an. Es gibt die Gefahrzeuge. Es gibt in der Bord. Es wird eindlich finden diesen Ort. Also, blöse deine Augen öffnen. Der Major hat uns gelegt, dass wir diese Bordern an. take the handle to the wheel and guard it with your life yes sir okay this must be the entrance to the precursor site i need to get that handle back cool super stolpert haben müssen hoch nach unten kann ich also scheinbar ist unser mensch doch nicht gestorben was ich jetzt schon vermutet hätte die meisten die meisten bestimmt bei den meisten teilen hier entscheidend nicht okay aber es kann ja noch passieren ich bin natürlich froh wenn ich letzten assassinen sind okay ich bin zurück und ein zweites mal gestört worden ich liebe es so sehen wir die überschritte mal stoppen weil ich da jetzt noch und auch den minimärs noch Und ich frage jetzt, wie? Oh, da müsste ich eh hin, okay. Wenn ich so... Aufhängen. So, da rein. Hihi, wache eliminiert. So, ja genau, ich wollte es dann eigentlich aufhören, weil ich eigentlich nur was zur Schule machen müsste. Also das Abschreiben, wo ich vergessen habe. Und natürlich auch noch dieses Video schneiden, damit ich für Morten wieder... wieder Material habe. Gefährlich. So. Wohin? Da hoch, da oben ist noch einer. Dahinter. Ist der? Dann gehen wir oben mit, ja. Ähm... Ja. Ups. Ja gut, das war das Zeichen. Bumm. Ende. Aus. Wir machen jetzt eine Pause. Den da oben müssen wir halt wieder eliminieren. Und dann müssen wir... Drei sagen müssen wir liegen. Und den Schäbel finden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufhören. Ich würde es ein bisschen schneiden und gleich hochladen. Und dann... sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus. Ja.